So, ich fahre gleich los Richtung Aix-en-Provence, aber jetzt habe ich eine Frage bekommen. Was kann man tun, wenn der toxische Kollege, wenn ich ihm erkläre, dass er Unrecht hat, keine Kritik verträgt, obwohl er es sieht, dass er im Unrecht ist, dich beleidigt und so weiter. Und man denkt sich so, okay, dann sage ich nichts. Aber der Typ, obwohl man nichts gesagt hat, trotzdem weitere Messages auf Telegram erhält mit seinem Frust. Und daraufhin habe ich ihn einfach ignoriert. Werde es auch in Zukunft. Die Leute sind komplett durch im Kopf. Der Narzisst will sich immer herausreden. Ich habe auch solche komische Leute, die es immer wieder versuchen und kommen Jahre später auf eine Retour und versuchen es die ganze Zeit. Es ist echt sehr strange. Drei Tage später wird man beleidigt und runtergemacht, obwohl man gar nichts gesagt oder schreibt, krank. Ja klar, also es ist einfach prinzipiell toxisches Metaframing zu so einem Grad, dass es zum Narzissmus wird. Das ist eben immer dieses immer wieder toxische Metaframing und es auch versuchen auf einen rumzudrehen, als ob der, der das Opfer ist, der Täter wäre oder dass es der, dessen Problem wäre. Das ist ganz typisch für einen Narzissten. Und wie du schon hier erkannt hast, physisch aus dem Weg gehen ist das Beste. Ich blockiere alles, alles weg. Das ist mir egal, ob das in der Arbeit ist oder nicht. Und wenn es einen in der Arbeit so extrem stört und man nicht der Person aus dem Weg gehen kann, dann sollte man sich tatsächlich überlegen, ob man nicht eine andere Arbeit suchen soll. Und wenn du in die Libido-Ermächtigung kommst, wirst du sowieso dich für eine andere Arbeit entscheiden dann. Weil du merkst, es bringt dir keine Freude mehr, es bringt dir wahrscheinlich keine sexuellen Wahrscheinlichkeiten in der Arbeit. Und für die, die das Video zum ersten Mal sehen und nicht hören, sexuelle Wahrscheinlichkeiten, die werden das nicht so richtig verstehen. Also die Wahrscheinlichkeit einfach auf Sexualität und auf Freude, also Libido im Sakralchakra, ist halt unterdrückt dann in dieser Arbeit. Und das macht dann natürlich keinen Sinn. Und ich habe gestern ein langes Interview geführt, über eine Stunde. Ich habe das dann auf dem tschechischen Kanal gepostet. Da ging es um einen Mann, der im IT arbeitet, aber unzufrieden ist. Er hat eine Freundin, aber sich nicht traut rauszugehen und so Angst hat. Und wenn ich ihm dann gesagt habe, du, was heute, was könntest du heute machen, um deine Libido-Ermächtigung zu erhöhen? Also, da habe ich schon fast Depri bekommen. Ich habe tatsächlich Depri bekommen fast, also nicht wirklich, aber es hat mich richtig runtergezogen, ihm zuzuhören. Das war übelst. Und weil er einfach überhaupt nicht irgendwie sich in dem Sakralchakra öffnen konnte. Der war da richtig krass blockiert. Er hat wahrscheinlich, er hat schon erkannt, er ist sehr schlau, er ist auch spirituell erwacht. Er hat erkannt, dass das irgendwo in seiner Familie wahrscheinlich liegt, dass das karmisch ist. Und dass er extreme Schwierigkeiten hat, aus der Angst reinzukommen und in die Libido-Ermächtigung. Und ich sage, die Libido-Ermächtigung ist stärker als die Angst. Das heißt, wenn du dich einmal für die Libido-Ermächtigung als dein primäres Modus operandi sozusagen entschieden hast, dann wird die Angst in den Hintergrund treten. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Weil ansonsten bist du ständig nur durch Angst geleitet. Das ist ja das Problem der meisten Menschen. Wie willst du aus der Matrix ausbrechen, wenn du ständig nur irgendwie von Angst geleitet bist? Das geht ja nicht. Und ja, und ich, also wenn mich jemand beleidigt, beziehungsweise halt toxisch metaframed, dann ist die Person total für mich gegessen und da gibt es auch keinen Raum mehr. Außer wenn man sich heftigst entschuldigt und dann irgendwie zeigt, dass man das Bewusstsein hat, um zu verstehen, was man gemacht hat. Aber das gilt für die meisten Menschen absolut nicht. Deswegen hätte ich tatsächlich, ich überlege, ob ich einen toxischen Kollegen mal hatte in meiner Arbeit. Ah, genau, ich hatte eine toxische Kollegin, die immer eine News mal verbreitet hat, die absolut nicht gestimmt hat, ja. Das kann ich mich erinnern über mich. Und auch wenn ich ihr versucht habe zu erklären, dass das nicht so ist, hat sie das trotzdem irgendwie geglaubt. Und ja, ich bin so gerade am überlegen, ob das wirklich ein toxischer Metaframe in der Situation war. Ja, so richtige toxische Metaframes, glaube ich, habe ich da nicht bekommen. Aber es ist schon lange, lange her. Das kann ich mich nicht mehr erinnern. Das war, glaube ich, 27, 28, sowas. Aber wenn ich in eine Situation kommen würde, wo mich jemand konstant toxisch metaframed komplett, komplett entfernen, physisch von der Person, gar nichts mehr mit denen reden, nie wieder. Also, das muss man verstehen. Nie wieder, gar nichts, null, nada, kein bisschen. Weil die werden, die Narzissten finden immer ein Schlupfloch. Und das ist eben das Wichtige, dass man das total abbricht. Kein, kein Platz für, für Narzissten. Und, ähm, weil es gibt so viele, es gibt 10, 10%, vielleicht 20% aller Menschen sind nicht toxische Metaframer. Die Rest schon. Warum mit denen beschäftigen, die toxische Metaframer sind? Nebenbei, Andrew Tate ist ja auch ein toxischer Metaframer. Ja, und, äh, und da werde ich ein Video dazu, vielleicht heute Abend sogar noch machen. Ich werde jetzt gleich, ähm, mein Auto vorbereiten und dann losfahren. Ähm, aber das wollte ich noch dazu sagen, dass, äh, dass ich dazu auch ein Video machen werde. Also, toxische Kollegen, ähm, einfach, also, erst mal lernen, was toxisch Metaframing ist und Libido Empowerment. Das findet ihr bei mir, wenn ihr auf den Kanal gehst, in die Suche, einfach Libido eingeben oder einfach toxisch eingeben. Dann werden diese Videos rauskommen, dann kannst du dir das anhören. Und wenn du das verstanden hast, dann weißt du, wenn du einen toxischen Metaframer oder Narzissten vor dir hast. Nicht jeder toxische Metaframer ist Narzisst, nehmen wir mal. Aber wenn sie öfters toxische Metaframer sind, sind sie höchstwahrscheinlich Narzissten. So, guck dir das an und, ähm, äh, und dann kannst du entscheiden, okay, und dann siehst du, okay, das ist ein toxischer Metaframer, von dem will ich mich komplett entfernen. Oder du kannst an dir selber erkennen, oh, Moment mal, ich war ja auch ein toxischer Metaframer und kannst es unterlassen. So, und das Gegenteil von toxisch Metaframing nicht vergessen, sind Komplimente. So, und der Grund, warum jemand toxisch Metaframed ist, weil er sein eigenes Libido unterdrückt. Und das reicht jetzt erst mal und wir sehen uns heute Abend.